Lauf der Rieder! Auf 2 bis auf 10 Dann hoffen wir mal Also, bringen wir's Zeigst du uns wie es geht? Wollerei 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 dann können wir mal dann kleben wir mal 2 dann brauchen wir mal dann brauchen wir mal auf geht's jetzt müssen wir bloß ein bisschen loszahlen und jawohl dann können wir mal dann ja 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 auf geht's 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 oh ja 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 Richtige Maschine erwischt. Versichern, schauen wir wieder. Vielleicht wird das besser. Vielleicht. Und schon wieder aus, oder? Na ja, ein Euro mehr, schön. Oh, Tenner, schön. Immerhin, 14 Euro, das ist gut. Ja. Ja, sehr großes Kino. Also, geben wird sich noch das Spiel. 20 Cent haben wir es gerade. Ja, ja. Wir fahren vielleicht. Oh, oh. Ich glaube, das scheiß Symbol. Aber vielleicht können wir wenigstens eh einmal. Schaut aber nicht so aus. Jetzt muss ich mir das Elend noch länger anschauen. Das ist jetzt noch kein Gewinn. Zehn Spiele, nicht einmal. 15 Cent. Allzeit. Yeah. Allzeit geht's rum. So, ich habe es noch einen Feelywild. So, ja. Der Hitlose, ja. Der Hitlose, ja. Der Hitlose, ja. Fünf Letze. Fünf Letze. Ist ein Lied am Anfang. Das ist Nassi.